Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich und es geht um eine Männerbox und zwar um die Black Box Men. Also wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Black Box Men gehört zur Familie der Pink Box. Also die kommt auch tatsächlich, wenn sie ankommt, in einem Karton, wo vorne eine Pink Box draufsteht. Also auf einem Versandkarton, also hier, also ich kann euch den Aufkleber nicht zeigen, weil da mein Name draufsteht und meine Adresse. Ja, auf jeden Fall habe ich die im Apo. Die kostet 16,95 Euro pro Box und ja, ne, die habe ich auf jeden Fall jetzt geliefert bekommen. Wiegt 2,3 Kilo. Ich bin sehr gespannt, was drin ist, weil die viel größer ist als normalerweise. Also sonst sind das ja diese kleinen Pink Box Kartons und jetzt hast du so ein Oschi von Vieh. Das ist echt wahnsinnig cool und ich bin sehr, sehr gespannt. Die kommt, glaube ich, drei oder viermal im Jahr raus und ja, kostet 16,95 Euro pro Box, habe ich, glaube ich, auch gesagt. Los geht's. Hier ist der erste Blick in die Umverpackungsbox. Du hast manchmal tatsächlich auch was neben der Box. Und hier habe ich ein Braufaktum das Craft Beer. Okay, das ist mit Alkohol, das werde ich dann nicht trinken. Ich trinke nicht so gerne Alkohol. Mit Aromahopfen, Polaris und Kaskade. So sieht das aus. Craft Biere sind ja aktuell auch mega angesagt. Ja, das hier werde ich aber auf jeden Fall bei uns in den Kühlschrank packen und wenn Besuch kommt, dann werde ich denen das auf jeden Fall anbieten. Auf jeden Fall. Und ja, ist aber nicht selber trinken, weil Alkohol, nein. Manchmal, aber nein. Kann ich dann auch leider nicht so viel jetzt dazu sagen. Ja, ist auf jeden Fall mal was anderes. Männer und Bier sind so, also dementsprechend ist das eine gute Geschichte auch für die Black Box Men. So, und hier haben wir die Black Box Men. Ja, die Größe ist rechteckig und nicht quadratisch, wie das normalerweise bei den Pink Boxen der Fall ist. Und hier sind dann viele schöne Sachen drin, die ich entweder meinem Freund geben kann oder im Familien- und Freundeskreis verschenken kann. Das ist immer ganz praktisch. Genau, die ist auch echt schwer. Das ist sehr, sehr interessant. Wir nehmen den Deckel mal ab. Und sie sieht aus halt, ja, sehr männlich, edel, schön verpackt. Wirklich mag ich leiden. Ich hatte auch schon mal eine davon. Da habe ich quasi alles aufgeteilt und an meine Männer verschenkt. Also meinen Papa, meinen Opa, meinen Freund, meinen Schwager in Spee und, und, und. Also alle haben sowas gekriegt. Und ja, hast ein Seidenpapier, hast ein Schleifenbändchen, machst das Schleifenbändchen auf. Riechst du dran. Riecht nach nichts. So, und dann gönnen wir uns mal den ersten Blick in die Box. Die ganze Geschichte beginnt mit einem 5 Euro Rabattgutschein von Rituals. Mit dem Code SAMURAI LUCKSURYBOX19 bekommst du 5 Euro Rabatt ab einem Einkaufswert von 25 Euro auf die gesamte Samurai-Kollektion. Das ist sehr cool. Das riecht übrigens sehr gut. Oh, hoffentlich ist es hier drin. Oh, geil. Gültig vom 10.07.2019 bis 10.10.2019. Nicht gültig in Warenhäusern, im Outlet-Center und an Flughäfen. Bla, 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 bla. Kannst du auch online einlösen. Halt dich dir in die Kamera. Kannst du, wenn du möchtest, einmal abschreiben. Werbung. Playboy-Playboy-Condoms. Sind da Kondome drin? Gefühl, Ausdauer und Feuerwerk sind wohl die neuen. Jetzt neu. Läuft. Finde ich gut, dass es sowas gibt. Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Hinten sind dann auch nochmal die Marken aufgeführt, die in der Box sein könnten, beziehungsweise die mit der Blackbox-Mann kooperieren. Und hier stehen sehr viele Artikel drin und ich bin super gespannt. Der Wert ist bestimmt schön hoch. Wir fangen mal an mit diesem Produkt. Das ist ein Anti-Peres-Pand von Mummen. Code 1. 48 Stunden plus Protection. Okay, das ist ein Deo-Roller. Ein maskuliner und verführerischer Duft für moderne Männer ohne Alkohol. Riecht sehr dezent, aber sehr, sehr angenehm. Auch ein bisschen cremig. Also das mag ich leiden. Das ist eine schöne Geschichte. Skin-Friendly. Ja, also auch Männer rasieren sich ja auch die Achseln. Gott sei Dank. Und da bietet es sich tatsächlich an, auch einen Roller zu verwenden und kein Spray. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt irgendwie mit irgendwas Speziellem, aber Skin-Friendly. Dann wird es ja auch in irgendeiner Art und Weise pflegend sein oder so. Aber du hast hier auch Aluminium mit drin, ne? Hm, keine Ahnung. Aber wird wohl gut sein. Das gleiche ist hier nochmal drin in Classic Anti-Parispan Skin-Friendly von Mumm. Mit männlich-frischem Duft ohne Alkohol. Das ist ohne Alkohol. Und das andere ist mit Alkohol, aber auch mit Aluminium. Weiß ich nicht. Leute, ne? Das riecht intensiver und riecht nach einem ganz klassischen Aftershave. Das riecht aquatischer. Das riecht aber beides sehr, 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 sehr angenehm. Oh. Ob man jetzt zwei Deo-Roller von der gleichen Marke in eine Box packen sollte, weiß ich nicht. Übrigens haben diese Boxen auch keine Themen. Ne? Männer brauchen keine Themen. Hm. Okay, ja. Wir haben hier Kondome drin. Und zwar sind das Playboy-Kondoms. Acht Stück. Jetzt mit 4x 2,5ml Gleitgel. Gefühls echt gratis. Ach, guck mal. Das ist da auch mit drin. Hauchzarte Kondome mit optimaler Passform und extra langer Gleitfähigkeit für intensives Empfinden. Ja. Finde ich super. Finde ich schön. Können viele Leute tatsächlich auch verwenden. Sollten sie auch verwenden, weil es unheimlich wichtig ist. Halt sich zu schützen. Ne? Sei es vor Aids oder vor Schwangerschaft. Genau. Ja. Hier also dann die ganz normalen Kondompäckchen mit drin. Und tatsächlich hier auch 4 von diesen Gleitgelpäckchen. Praktisch. Und wie kriege ich das jetzt wieder rein? Das ist immer dieses Übliche, ne? Man kriegt alles aus der Verpackung raus, aber man kriegt es nie wieder so rein, wie es mal vorher drin war. Aber richtig, richtig witzig und richtig cool, dass sowas auch mit in einer Männerbox mit drin ist. Weil es ist einfach wichtig, sowas zu benutzen. Sehr gut. Balea Men Hydro Augenpads mit Kühleffekt, Grün-Tee-Extrakt, Glättenfältchen, langanhaltende Feuchtigkeit. Ich weiß, dass mein Freund sowas nicht verwenden wird. Ich glaube, ich nehme die für mich. Ja, ich weiß nicht. Ansonsten mein Stiefpapa, der mag sowas mittlerweile auch ganz gerne. Vielleicht kann ich ihm die einfach mal geben. Da freut er sich garantiert auch. Ja, ich glaube, das ist echt eine gute Idee. Weil ich hatte mir zum Geburtstag, was ja schon zwei Monate her ist, von ihm ein Partyzelt geliehen. Ja, guck hier gerne mal mein Geburtstagsvideo an. Da sieht man das auch, das blaue. Und da kann ich ihm das hier als Dankeschön schenken. Ich glaube, das ist cool. Ja, was haben wir denn hier drin? 6 x 2 gleich 12 Pads, also 6 Anwendungen. Das ist auch total super. Und die kannst du halt ganz normal verwenden, wie halt man die Balea Q10 Augenpads zum Beispiel verwendet. Finde ich gut. Kriegt der auch von mir. Ne? Wenn du das guckst, weißt du Bescheid. Yay! Eine Zahnpasta von The Humble Co. Machen macht den Unterschied. Kaufland spendet 1 Euro pro verkaufter Zahnpasta. Sehr schön. Und die ist mit Charcoal, also mit Kohle. Charcoal ist Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Cooles Produkt. Freue ich mich drauf. Die ist echt schwarz. Und ja, gut. Karies Prevention. Eco-friendly and socially responsible. Sehr gut. Oh, da ist noch so viel drin, Leute. Ähm, ja. Redken Brews. With Crafted Malt. Shampoo, Conditioner and Body Wash. Das ist so ein 3 in 1 Produkt von Redken. Redken ist eine relativ hochwertige Marke. Das heißt, das hier wird, boah, dieses kleine Typchen von 50ml wird, keine Ahnung, 3 Euro, 4 Euro kosten. Richtig viel Geld. Oh, das riecht aber gut. Das riecht angenehm. Das riecht wirklich angenehm. Und dieses, hier steht ja auch Malt, ne? Also mit Malz quasi mit dabei. Das ist interessant. Das riecht sehr, sehr gut. Barba Essentials ist die Reihe. Finde ich gut. Gefällt mir. Wird mein Freund sich auch garantiert drüber freuen. Doch, so ein kleines Produktchen kann ich ihm garantiert geben. Das hier hatten wir tatsächlich schon jetzt ein paar Mal öfter drin. Ich weiß nicht, ob es genau dieses Produkt war. Es ist ein Shower Foam von Rituals. The Ritual of Samurai. Groomed to Perfection. Organic Bamboo and Sandalwood. Ich liebe diesen Duft. Ich finde ihn wundervoll. Ich weiß nicht, ob er das vielleicht als Backup haben möchte. Aber er hat mittlerweile von mir so viele Backups bekommen. Vielleicht wird das auch irgendwie demnächst mal zum Geburtstag an jemanden weiter verschenkt. Und der ist toll. Das ist so ein Duschschaum, der halt vorher ein Gel ist. Und dann machst du das in deiner Hand. Und dann wird es halt so Schaum. Mega geil. Und ich liebe diesen Geruch. Ja, also von mir aus kann er das gerne als Backup verwenden. Ihr seht, die Männerbox ist doch etwas praller gefüllt als die Frauenbox. Aber dafür kommt sie ja auch nur nicht so oft raus und kostet ein bisschen mehr. Aber man kann es auf jeden Fall mal für die Männer vielleicht so abonnieren oder so. Man weiß es nicht. Dann habe ich hier noch etwas von Gentscare. Die Fußcreme for Men. Vegane Naturkosmetik. Davon hatte ich die Handcreme tatsächlich schon mal. Und habe die an meinen Puh. Stiefschwiegerpapa in Spee gegeben. Nennt man das so? Ja, ich glaube schon. Und der fand die Handcreme super. Und jetzt habe ich hier eine Fußcreme. Das ist zwar für Männer, aber vielleicht verwende ich die auch für mich. Weil heute ist meine Fußcreme leer gegangen. Ja, mal gucken. Oder ich schenke sie weiter. Mal gucken. Es ist auch eine super teure Marke Gentscare. Hatte ich mich letztes Mal auch schon so drüber gewundert. Und ich weiß gar nicht, was daran so männlich sein soll. Wahrscheinlich so ein bisschen der Duft. Die soll reichhaltig sein. Sanft und wohltuend zur Haut. Mit Bio-Nachtkerzenöl und Bio-Aprikosenkernöl. Ne? Ja. Cooles Produkt. Wird auf jeden Fall wo auch immer in meiner Familie verwendet. Und noch was von The Ritual of Samurai. Die Shave Cream mit Basil and Ginseng. Basil ist, glaube ich, Basilikum. Basilikum. Ne? Ja. Und Ginseng? Weiß ich gerade nicht. Ist Ginseng nicht Ginseng? Ich weiß es nicht. Ja. Sowas braucht mein Freund aber auf gar keinen Fall. Das heißt, das wird auf jeden Fall weiter wandern. Aber ich kann ja trotzdem dran riechen. Ja. Das ist so eine weiße Creme. Riecht ich nichts. Doch. Das riecht sehr kräuterig. Ich glaube, ich weiß auch, wem ich das geben kann. Und das letzte Produkt ist von Sundance von DM. Ein transparentes Sonnengel. Tatsächlich mit Lichtschutzfaktor 50. Sofortschutz und wasserfest. Angenehmes Hautgefühl. Invisible Protection. Und das finde ich richtig cool. Sundance ist ja irgendwie auch mal getestet worden. Und als sehr, sehr gut befunden worden. Deswegen habe ich auch einiges von. Und ich weiß nicht, ob mein Freund das benutzen wird. Weil der braucht sowas eigentlich nicht. Weil er einfach nie Sonnenbrand bekommt. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich sehe neben ihm auch immer so sehr blass aus. Ja. Und ja, das wird aber dann wahrscheinlich weiter wandern. Und ich glaube, ich weiß auch schon zu wem. Der wird sich drüber freuen. Meine Herren, das waren die Produkte, oder? Ich fand es ganz schön viel wert. Boah, 60, 70 Euro. Blende ich dir mal ein. Wenn nicht sogar noch höher. Also schon krass. Wow. Lohnt sich auf jeden Fall. Schau auf jeden Fall mal auf der Pinkbox-Seite vorbei. Ich habe da leider keinen Gutscheincode. Ähm, glaube ich? Ne, habe ich nicht. Leider nicht. Ähm, ja. Ne? Aber das war jetzt auf jeden Fall der Inhalt. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dich hier oben mal in meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Vielen Dank.